Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog, heute von Benjamins 20.000 Liter Teich. Heute Themen, Hardcore-Überwinterung und saugünstig einen Teich zu bauen. Wenn Sie hier oben stand, hier zu meiner rechten, von Ihnen aus gesehen, die linke, steht eine Oase, Trommelfilteranlage mit Modulen unisoliert. Hier, der Teich, er hat 20.000 Liter, sind vielleicht 5 auf 5 Meter, ist nicht ganz so tief, so ein bisschen mit Stufen nach unten gehend. Da habe ich Benjamin gefragt, wie alt ist der Teich? Drei Jahre. Da sage ich, wieso ist er nicht so tief und warum hast du es so stufig gemacht? Ich sagte, er hat ihn von Hand ausgegraben, direkt hinter der Mauer hier, ist ein Bach, er konnte nicht mit dem Gerät reinfahren. Und er hat Angst gehabt, wenn er gerade absticht, dass ihm dann alles einfällt. Mauern wollte er nicht, er wollte die Fohle gerade so aufs Erdreich legen. Also einfach die ganze Geschichte machen und dann sagt er uns, es ist auch noch praktisch, die Koi können sie auf den Stufen ablegen. Und zum anderen, er hat zwei Hunde, kein neues Hund, ein Landsäher und ein Labrador, also große Hunde. Und er sagt, für die, die springen auch in den Teich rein und für die ist es relativ einfach, dann wieder rauszukommen. Also jeder, der einen Hund hat, sollte auch daran denken, gerade bei solchen Teichen wie dieser, wo alles so glatt ist. Die Hunde haben da echt Schwierigkeiten. Hier haben wir so WPC-Platten wie der Olli und die können dann auch rutschig werden. Da kommen die mit ihren Krallen, kriegen die keinen Halt. Also man muss da schon eine Ausstiegsmöglichkeit schaffen und so. Und dann habe ich gefragt, und was hat der Teich gekostet? Ja, ist hübsch gemacht, handmade. Dann sagt er, frei raus, der Teich, Folie, 270 Euro und Bodenablauf 50, Skimmer 50, bisschen Rohrleitung. Er sagt, also keine 1000 Euro, sagt er, nein, keine 1000 Euro. 20.000 Liter, keine 1000 Euro. Er hat keine, wie wir im Schwäbischen sagen, Fertz gemacht. Von wegen, das wird ein riesen Ding ausgehoben, Arbeitsraum. Dann wird gemauert, dann wird alles abgezogen, gemacht, dann entweder laminiert oder dann eine Folie auf Maß konfektioniert. All den Killefit hat er nicht gemacht. Loch im Garten, Folie rein, fertig. Am besten noch, gut, hängt jetzt immer von der Bodenbeschaffenheit ab, wenn sie einen sandigen Boden haben, ein steinfreier Boden. Es ist ja immer die Frage, wo lebt man, was hat man für einen Boden, der ist natürlich geologisch gegeben. Aber wenn der Boden es zulässt, kann man auch die Folie direkt aufs Abreich legen. Ich kenne genügend Gegenden, wo das der Fall ist, ansonsten haben wir ein Fließ drunter, kostet auch nicht die Welt. Hat man für ein paar hundert Euro, hat man einen Keuteich. So, und dann habe ich gesagt, weil hier steht eine Picobello, Oase-Filteranlage, jetzt nicht die große, sondern die kleinere, das Trommelfilter-Modul. Und dann sage ich, für die Filteranlage hast du 4.000 bezahlt. Dann lacht er, sagt er, nee, die ist bei Kölitz so, war das Ausstellungsstück. Und die haben den neuen Typ dann reingekriegt, mussten den loswerden. Und der ist da schon ein paar Jahre gestanden, 750 Euro, sagt er, läuft, fände ich gut, noch nicht einmal ausgestiegen, wunderbar. Dann hat er noch zwei günstige Pumpen hingehangen, jetzt keine Oase in dem Fall. Und, also, der Teich hat keine 2.000 Euro gekostet. Und das ist natürlich sensationell. Mal ganz ehrlich, wenn er das Wasser nicht verliert und hübsch angelegt ist, dann ist es nichts anderes, als wenn ich dafür, was weiß ich, wie viel bezahle. Aber, ich will hier jetzt keine Lanze brechen, nicht, dass Sie jetzt sagen, Herr Kamera rennt jetzt den Block rum und sagt, man muss die Teiche billig, 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 billig bauen. Nein, ich sage aber, man kann das Keuhobby, und das habe ich schon oft gesagt, kann man in einem erschwinglichen Rahmen machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und ich verspreche Ihnen jetzt hier, wenn Sie in einem Jahr die zurückliegenden Teiche anschauen, wie oft sie angeklickt werden, ist das einer der häufigsten. Weil wir haben überall die Pyramide. Die super Jürgen-Kirchner-Gärten, da träumen wir alle davon. Aber die kann sich leider kaum einer leisten. Und je weiter die Pyramide nach unten kommt, je breiter sie wird, desto mehr haben wir dann plötzlich solche Teiche. Und wir haben es im Home-Entertainment gesehen, auch viele ganz einfache Teiche. Und wenn ich mir jetzt angucke, ich weiß ja, was Benjamin für Fische kauft, seit Jahren bei uns. Der holt sich kleine Tosei, jetzt war er letztens wieder da, für sein Aquarium, da zieht er die ein bisschen vor. Hier hat er Cavari Mono von uns. Das sind häufig Fische für 30, 40 Euro das Stück. Wenn er Harley fahren würde, verspreche ich Ihnen, wäre das ganze Spiel teurer über alles betrachtet. Allerdings, bei einer Sache, da sind die Teiche dann gleich, egal ob sie billig oder teuer bauen, das ist der Unterhalt. Und da haben wir ja schon mal das ganz interessant ausgerechnet. Und witzigerweise, da hat man nicht diese Teichgrößenersparnis in dem Sinne, wenn Sie ein richtiges professionelles Management machen wollen, den Teich einmal pro Stunde über den Filter leiten, entsprechend Wasser wechseln, mit Medikamenten, mal eine Parasitenbehandlung, dies, das, Keufutter, was Sie brauchen, können Sie rechnen, 10 Cent pro Liter im Jahr. Zahlen Sie 1.000 Liter mal 10 Cent, sind 2.000 Euro. Rechnen Sie rund 180 Euro, 170 Euro im Monat, was Sie der Teich kosten. Da habe ich gerade auch Benjamin gefragt, kommt das ungefähr hin? Sagt er, das kommt ziemlich genau hin, so roundabout. Aber wenn Sie sich einen 100.000 Liter Teich bauen, dann haben Sie entweder 10.000 Euro, was Sie investieren, in Strom mit allem drum und dran. Sie brauchen die UV-Leistung, Sie brauchen die Pumpenleistung, Sie brauchen die Belüftungsleistung. Die brauchen Sie, oder Sie haben extrem wenig oder keine Fische oder fast keine Fische im Teich, oder Sie sparen am Management, aber dann sagen Ihre Fische irgendwann, nee, so läuft das nicht. Also, lieber einen kleinen Teich, fein gemacht, mit allem drum und dran. Überwinterung. Das Erste, was ich gesehen habe, die freistehende Oase-Filteranlage, dann den Teich, relativ flach. Also, er sagt an der tiefsten Stelle, 1,50 Meter kommt mir jetzt nicht so tief vor, kann aber sein durch die verschiedenen Tiefenebenen. Und dann sage ich, hast du abgedeckt? Nö. Hast du die Filteranlage isoliert gehabt? Nö. Sag ich, hast du alles so gelassen? Ja. Sag ich, hast du gefüttert? Ja, sporadisch, so, wie sie Laune hatten. Sag ich, was war die tiefste Temperatur? Sagt er, ja, laut der Oase-Anzeige 2 Grad. Und ich weiß, also in der Regel funktionieren die sehr gut, die Dinger, muss ich wirklich sagen. Ich will jetzt nicht für Oase eine Lanze brechen, aber ich habe selber, ja, die Testanlage gehabt, mit mehreren Temperaturanzeigen von Oase. Die haben echt immer erstaunlich genau mit unserem WTW den gleichen Wert angezeigt. Und kann sagen, du hast nichts abgedeckt. Sag ich, nö, gar nichts. So, die Fische sind unten gelegen, alles gut. Und ich sage ihnen, die Fische sind hervorragend drauf. Aber auch hier möchte ich jetzt keine Lanze dafür brechen, wo ich sage, es kann ihnen alles scheißegal sein, weil was Benjamin macht, ist zum einen ein Risiko für die Fische. Das muss nicht immer gut gehen. Und zum anderen ein Risiko auch für die Technik. Weil wenn es irgendwo mal anfängt zu gefrieren, und das haben wir bei Gerhard in der Coilodge gesehen, der fast seine Bürstenfilter zerstört hätte, wenn die Scheiße irgendwann anfängt zu kochen, ja, irgendwann explodiert sie, und dann friert ihnen entweder das Ding ein, friert entweder das Ding kaputt, die Abwasserleitung muss nur irgendwo das Wasser drin stehen, oder eine Rohrleitung, keine Ahnung, die Möglichkeiten sind mannigfaltig, was alles passieren kann. Also das sollte man nicht machen. Und wenn man schon so eine schöne, formale Form hat, wie Benjamin, dann ist das Abdecken kein Problem. Wenn der Filter so offen dasteht, ist es eigentlich auch kein Problem, den Filter zu isolieren. Und dann haben die Keu gleich mal ein paar Grad mehr. Dann kann ich auch mit einem einfachen Oase-Teichheizer, kann ich da auch gleich mal ein paar Grad noch hinzugeben, ohne dass ich das ganz große Geld investiere. Weil das muss ich Benjamin auch überlegen. Wenn er von seinen großen Fischen mal einen verliert, ist das am Ende ein höherer Wert, wenn er ein paar Cent in die Überwinterung investiert hätte. Auch die Belüftung hat er so laufen lassen, was auch noch mal zum zusätzlichen Temperatur-Wärme-Austrag beiträgt. Also da hat er jetzt nicht ganz so perfekt gearbeitet, aber deswegen sind wir hier. So, und das Erste, was mir jetzt auffällt, wir haben hier die Belüftung, die geht bis Mitte Teich. Würde ich mittlerweile eher ein Drittel machen. Und da hinten kommt die Rückleitung rein vom Filter. Und das muss umgekehrt sein. Entweder der kurze Weg, Rückleitung hier, zack rein, beschleunigt sich. Aber das sehen wir jetzt gleich. Hier arbeitet es dagegen. Das hier ist noch richtig angelegt. Hier kommt die zweite Rückleitung. Also kriege ich eine Kreisströmung. Bodenablauf ist in der Mitte. Da hat er alles korrekt gemacht. So, das ist jetzt nur schade mit dem Video. Durch die weiße Wand funktioniert die Belichtung nicht richtig. So, aber jetzt sehen Sie. In der Mitte ist der Bodenablauf. Hier haben wir die verschiedenen Tiefenzonen. Das Wasser sieht auch absolut toll aus. Gibt es gar nichts. Er hat auch nicht viele Fische drin. Hier kommt die eine Rückleitung zurück. Die bläst in diese Richtung. Und die Belüftung bläst in diese Richtung. Und wenn jetzt die Belüftung hier wäre, dann würde sich das addieren. Dann hätte ich eine richtig tolle Kreisströmung. Aber bei ihm arbeitet die Belüftung exakt entgegen. Das heißt, hier kommt der zweite Rücklauf. Und der drückt in die Richtung. Und das gibt dann Gegenströmung. Und das sorgt dann dafür, dass der Kot im Teich bleibt beispielsweise. Und hier, die Fische sind einwandfrei drauf. 1,50 Meter Tiefe. Ohne Heizen, ohne alles. Hardcore bis 2 Grad runter. Überwintert. Aber wie gesagt, kann gut gehen. Muss aber nicht gut gehen. Kann auch brutal schief gehen. Und man sieht, er hat den Teich echt wie eine umgekehrte Pyramide gebaut. Da sind die einzelnen Stufen auch noch ansteigend und abfallend, je nachdem, von welcher Richtung man schaut. Und das hat er einfach gemacht, dass, wie ich vorher schon gesagt habe, dass die Wände nicht einfallen. Das hängt auch natürlich von der Bodenbeschaffenheit ab. Aber ein einwandfreier Teich. Seit drei Jahren dicht. Wenn er drei Jahre dicht ist, wird er auch noch eine Weile länger dicht sein. Timi macht gerade das Wasser. Und ich gucke mir jetzt den Trommelfilter hier hinten an. Ein Kompaktsystem von Oase mit Trommelfilter. Den tropfen wir jetzt mal auseinander. Und dann schauen wir uns das an. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und bis zum nächsten Blog. Ciao. Tschüss. 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 lista.